Da sind wir auch schon wieder und ich habe hier nur einen kurzen Kaffee gemacht, für die, die gerade hier mitspielen. Mein Gott. Hat jemand ne Ahnung, wie wir diesen ultra-aggressiven Tower dort umbringen? Ich hab ne Sniper. Ja, dann schieß es in seinen Kack-Schädel. Ja, vom Tower. Der Tower hat voll den krassen Schädel. Ey nein, der Typ sitzt auf dem Tower. Ja, warte, er ist gleich down. Down. Goes. Okay, ich setz mich in den Tower. Da ist wer drin, Achtung, Achtung, oh mein Gott. Derf'n das, derf'n das. Ey, lass mich da rein, lass mich da rein. Fuck. Warte, ich decke dich mit Dauerbeschuss. Helft mir, er schießt sie, er schießt sie alle. Alles klar. Solit, komm her und beliebt mich wieder. Komm her. Ich sag dir Solit nicht, Karl. Kann jemand mal mich wiederbeleben, ich sterbe sonst, bitte. Macht schnell. Oh, der war auch da. Warte mal, ich will in diesen Tower rein. Ich will in diesen Tower rein. Ich will in diesen Tower rein. Oh nicht, es geht jetzt weiter. Okay. Haha, das hat sich auch richtig voll genug. Ich wollte eigentlich diesen Tower nehmen und die alle killen, die hier noch überall waren. Oh, guck mal, ich bin drin, haha. Guck mal, ich bin noch weiter drin. Komm hier keiner mehr. Wave Clear Bonus. Ach, Menno. Wieso stehst du da ganz alleine? Hell, ja krass. Wieso stehst du da? Wieso kann ich nicht mehr zielen? Ah, jetzt. Reloading. Alles klar. Reloading. Reloading mal. Oh mein Gott. Ach du, hinter dir, hinter dir. Die Laser Bitches. Oh, richtig krass. Ich seh dich. Was denn halt Ghosts? Ich hab dich gemessert, du Ghost. Was? Boah, die droppen alle nur diese scheiß ROGs, die vollkommen useless sind. Es geht schon wieder weiter. Äh, kann einer von euch mit der Sniper hier umgehen? Ja, ich kann's. Ich will's nicht. Ich kann's, aber ich will's auch nicht. Es ist viel zu Nooblike. Töten, töten. Na, Sniper ist nicht Nooblike, aber man hasst sie. Ich sag dir nicht, dass Sniper Nooblike ist. Ich fahle Sniper. Ich sage bloß, niemand kann Sniper als Feinde leiden. Das ist nicht das gleiche. Ich bin Anti-Sniper-Eighthack. Also, nicht zu Flames. Oh mein Gott, der hasst jeden, der Sniper spielt. Äh, Noob, sonst was. Aber ist doch wahr. Oh mein Gott. Wie ich grad vorgewasht bin, Alter. Ähm, Leute? Nein. Zeig den Garn. Dann läuft alles. Ich hab ein kleines Problem hier. Und welches? Dass ich hier grad alle Down-Cheap mache. Ich hab grad nen Gegner getötet, indem ich in die Treppe runtergeschmissen hab. Da kommen riesige Drohnen mit Laserstrahlen durch das Fenster. Oh. What the fuck? Oh. Oh. Also, wir haben Freunde. Wir haben Freunde. Wir haben Freunde. Wir haben Freunde jetzt. Schaut. Erstes Down. Alle sind Down. And take it around. Alle mit der Maschinengarn abgerissen. Das war meiner. Ich war grad am Nachladen. Da kommt, da ist, hängt der auf dem Dach oder ist das tot? Oh, Mensch. Ich wollt mir grad die Kolonie holen, irgendwie. Wie die hieß. Ah. Jetzt ist sie natürlich nicht mehr da. Irgendwie ist die Mission richtig cool. Die ist auf jeden Fall sehr geil. Nein. Nein. Ein Ghost. Helft mir das hier irgendwo. Oh, danke. Wartet auf mich. Wir brauchen Deckung. Ich komme. Ah. Helft mir. Zwei Ghosts. Ich war hier verprügelt. Helft mir. Ah. Lasst mich. Ich will mich bewegen können. So. Ich komme jetzt. Mit meinem Baby. Bitte. Hier geht's weiter. Deckt mich. Ich geh mal hier unten weiter. Hier ist ein ganz Ghosts. Achtung. Direkt vor dir, Karl. Was? Ist mir jetzt egal. Da war ich noch. Ist mir jetzt egal. So. Alter, springt er runter. Oh mein Gott. Ghost. Ghost. Alter, ich komme nicht runter. Raketenwerfer-Typ. Alter. Ich parkiere rum. Hallo. Alter. Einfach weiter runter gehen. Ja. Und dann springt er automatisch wieder hoch. Voll komisch. Aber mir ist... Ah. Gut. Wir dürfen weiter gehen. Wir haben keine gefährlichen Gegenstände an unseren Körpern. Ja. So. So. Ich guck mal. Ich mit meiner dicken. Bam. Komm. Ich stehe noch schnell. Oh. Danke. Da hab ich schon schnell einen Granatenwerfer aufgenommen. Ich glaub der lohnt sich. Wir sind bei Level 5 von 6. 5 von 6. Alter. Wieso klaut ihr mir alle die Munition? Willst du die Muni... Willst du das Muni-Pack? Ja gerne. Das Glas zu zerschießen bringt nichts. Messer-Time. Ja. Payday-Style. Es bringt dich diesen Typen zu messern. Hey. Payday-Style. Uh. So. Weg da. Ja. Ah. Ich kann... Alter ich kann zoomen. Mit der Waffe. Ja. Was sagt der mir jetzt erst? Bestimmt kannst du schon mal. Rechtsweg kannst du immer zoomen. Hier sind Ghosts. Damit auch. Einer. Ich messer euch alle. Wo kann man so ein Unsichtbarkeitssystem kaufen? Oh das wär richtig geil ja. Ja ne. Das gibt's wirklich irgendwie. Du kannst dir wirklich irgendwann mit High-Level sowas kaufen, dass du unsichtbar sein kannst. Achtung. Ähm Leute. Zwei Leute mit ner riesen Machine Gun und zwei mit so einem Laser-Gestüppel. Stüppel. Ich geh auf den mit Machine Gun. Ja ne. Ich hätt gerne Machine Gun. Ah ok. Ich schnapp mir die Machine Gun und töte den anderen mit dieser Machine Gun. Ne mit Machine Gun? Hier liegt noch einer. Ne. Danke. Ne ne. Ich hab noch auf die. Ich bin mir lieber beweglich. Ja die liegt dort falls du willst. Wartet auf mich. Von wem hat... Guck mal hier. Lalalala. Was? Ihr versteckt euch. Ich töte sie. Was? Was? Ich hab gerade ein 10-fach Kill gemacht, weil ich eine Explosionsfassende Luftgejagd hab, der alles getötet hat. Leute. Ich hab einfach mal reingesprayt. Ach du Scheiße. So. Ich bin ein Mann. Total idiotisch. Okay. Okay Leute. Autsch. Meine Mo. Oh. Oh nein. Oh nein. Alter. Wenn das klingt weiter so rum wackelt, ey. Treffe ich dir überhaupt nichts. Ey das immer mit dem Granatwerfer schießt. Von die Perks. Ich hab was gegen Frauen. Ne. Was? Ja weil ich gerade zur Frau so übel zusammengeschlagen hab. Achso. Ja ok. Ich hab sie grad executed und da hab ich ihr ungefähr sieben mal auf den Rücken geschlagen und dann die Turbelsäule gebrochen. Ey. Ey hier. Und kann jemand mal auf diese Kack-Konsole drücken? Nein. Dankeschön. Wow. Die Türen gehen auf. Sie switchen. Okay. Das ist ein sehr interessantes Türsystem. Sowas hätte ich auch gern zu Hause. Ja. Ey Kyle das ist doch deine quietsche Tür. Oh ne. Mach das nochmal. So. Oh zwei Cycling-Guns. Mein. Mein Raketenwerfer. Mein. Ich nehm den Cycling-Gun. Mein Raketenwerfer. Mein Raketenwerfer hab ich gesagt. Du hast einen Granatwerfer. Jeder von uns hat einen Cycling-Gun oder sonst was. Ich nicht. Aber jeder hat eine Spezialwaffe. Doch da liegt eine. Ich. Cycling-Gun. Ich. Kommt hier irgendwas? Oh da oben. Ähm ja. Wir müssen jetzt diese ganzen Stockwerke runterfahren. Auf jeden Stockwerk kommen genauso viele wie gerade eben. Achso. Und die müssen wir jetzt töten. Leider sind das alles Schießern. Kein Nahkämpfer. Warum könnte es nicht mal Nahkämpfer sein? Oh. Oh. Aus den Raketen. Oh. Hammer. Die Dinger. Was denkst du sonst was? Das ist wenn da steht Raketen davon wenn du's aufhebst. Nein äh die. Die. Die haben ja mit Raketen runter geschossen. Autsch. Aaaaah. Du warst sofort weg alter. Bin tot. Sie schießen mich ab. Alter ich werde übelst abgeschossen. Was soll der Scheiß. Ich hab gleich gekickt. Wuhu. Weil ich down bin. Leute ich hab jetzt nur noch mal das geil. Du musst F8 drücken sonst wirst du gekickt. Oh danke. Sag doch was. Ja ich war grad konzentriert indem ich grad äh immer noch 3 Millionen Leute töte. Weil sie mich nerven. Höh. Kräller. Achtung hier liegt noch der Raketenwerfer. Wenn einer braucht. Geht mal her. Gerade die noch nicht gespawren weil es sind extrem viele und ich kann sie nicht leiden. Und jetzt ist mein Strykning an alle und das pisst mich an. Boah alter diese fliegenden Dinger ey. Die sind krass. Ich weiß. Die drohen nerven. Von wo denn jetzt schon wieder. Na von hinter dir. Guck mal wie wir alle hier sitzen. Hallo. Es gibt keine. Oh ne Drohne. Ja. Ja guck mal hier. Guck mal wie geil ich schießen kann. Super richtig geil. Dass man jetzt überhaupt nicht so viel kann ist dämlich. Das ist schon cool. So einer down. Fuck. Zweiter down. Wow. Bin ich gut. Diese Drohnen zu zielen. Boah. Boah. Keine Sorge Leute. Ich hab gleich meine Cycling. Was heißt wenn die rot sind und wenn die grün sind. Hat das irgendwie einen Unterschied. Wenn sie rot sind schießen sie Raketen. Wenn sie grün sind mit normaler Gun. Alles klar. Die roten kann ich deshalb nicht leiden. Warte. Wasch. Kann ich nicht leiden. Ah helft mir. Helft mir. Ich wollte das nachladen. Schade. Ich bin nicht dank gestorben. Ich muss nachladen. Helf mir. Helf mir. Ich will dir ja helfen. Komm doch aus dem Ding raus Junge. Ne ich verkriech mich weiter im Arsch der Welt. Oh da steht einer. In der Mitte. Oh geil. Ich hab noch Schultz. Ich hab grad noch so Schultz. Geh Fick Drohne. Geh Fick Tanz mich mal. Okay. Die Rechte ist down. Hat jemand einen Plan für die Linke? Okay. Sohle hat einen Plan. Yo. Cycling Gun 2. Boah stirb. Ah. Heck hier. Alter oben liegt es einer irgendwie. Hat es geschafft. Ich so. Echt. Ja jetzt wird alles noch schlimmer. Ja. Okay. Ah. Wir haben hier ein paar Freunde bekommen. Ich weiß dass wir Freunde bekommen haben. Es wird vielleicht noch viel schlimmer. Du kennst doch diesen Raketenturm noch. Also nicht diesen Raketenturm. Sondern diesen Maschinengewertturm. Ja. Jetzt haben die drei davon da hinten. Ah. Freundlich. Ja sehr sehr freundlich. Und die. Die haben wir ja keinen. Ähm. Wir sollten uns auch mal sowas anschaffen in unserer. Äh. Ja das ist aber nicht unsere Base. Ach komm wir kaufen uns eine. Ich mach hier meine Base auf. Ich hab ne private Base. Ja wie die war im Angebot bei Steam. Ja genau die war im Angebot bei Steam für 22 sein. Oh Granatwerfer. Ich wusste gar nicht dass die noch leben. Ich töte einen Granatwerfer. Hebe seinen Granatwerfer auf. Und töte mit diesem einen anderen Granatwerfer. Hmmm. Oh. Der will wieder abhauen der Penner. Autsch. Oli. Schau mal welche Waffe ich grad aufgehoben hab. Ich sag nur. Oli. Schau mal welche Waffe ich grad aufgehoben hab. Ich sag nur Expert Aim. Da noch. Los geh weg. Ge weg. Ich glaub wir haben jetzt alle Carl. Au. Vielleicht hieß die sich davor zu rollen. Sag schon mal so. So geh weg. Ich brauch wieder eine Waffe von denen. Weil ich ja. Ich hab meine ZEIC. Was. Was ist das für eine. Auf jeden Fall eine bessere als meine Sky. Hier sind meine Finger eingeschlafen. Hehehe. Ich kann nicht mehr auf. Oli ich hab Expert Aims Waffe. Ich hab den Granatwerfer 1 vorgetötet. Ich hab meine ZEIC wieder. Diese Motherfucker. Die sollen offen mich abzuknallen. Ich kann das nicht leiden. Nein. Scheiße. Bin wieder down. Das pisst mich an. Boah das Ding. Du kannst meine ZEIC kostenlos. Die Wifetrogens Promission. Ich hatte noch einen. Weil ich vorhin eine gewonnen hab. Ähm. Ich glaub wir müssen da ganz vorne alle töten. In diesem Raum. Das wär zumindest mein Vorschlag. Alles klar. Ich komme. Oh Gott. Ich hab die Töte. Wir können voren. Ohne dass uns die Turm beschießen. Äh. Ich kann mich irgendwie nicht vercampen. Maxi. Weil ich hier campe. So. Warte. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Okay. Die haben sie überall abgeschossen. Aber nicht von dort wo sie sollen. Leute wir brauchen einen Plan. Ich hab nen Plan. Ja. Bleibt am Überleben. Ich hab nen richtig guten Plan. Wir schicken Karl vor. Er ist gesichert. Ach du. Der hat richtig böse Attacks. Weicht mit allem aus. Sonst seid ihr so gut wie in Stand down. Oh. Mama. Und wo ist die jetzt? Die ist da oben. Und wie gesagt den Blitzetacks ausweichen. Achtung nicht im Laut stehen. Achtung. Wow. Wo sind die? Wow. Wow. Ey ich glaub die hat Langeweile. Stimm's mir. Der hat keine Kickste bekommen. Uyeah! Achtung. O. Kranate. 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 Man tut eigentlich ein Achtel seiner Munitions nichts schießen. Nật ABOUT infrastrecklich durchgeonda simples. Ich hab grade ne BeschissImpfonds. Man muss nur mal, ähm, nacheinander, ähm, nicht die ganze Zeit draufhalten. Magisch, ich hab hier auch keine Highting. Wirklichkeit. Ich helfe dir, Maxi. Geh weeeeg! Ich versuch mal kurz was gegen meinen Pings, Mann. Ach, du willst deinen Ping raushauen? Na, ey, es wird immer schlimmer. Ah, jetzt geht's wieder langsam. Oh, 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 ach du Scheiße. Achtung, die klonten sich später, dann werden das drei von denen. Und ihr könnt alle D-Tags machen, die machen alle 100% des Schadens. Oh, das ist freundlich. Und die D-Tags werden aus dem Neuropäer. Ja, danke. Statt einem so einen Laser-Stern, zut ihr dann zum Beispiel später 5 wegschmeißen. Ja, danke, du machst mir echt Hoffnung. Hinter mir, oh. Sie ist gleich da, also die erste. Au. Äh, der freigebensweifel sollst du wissen. Achtung, wieder unser Volk. Your luck has this one out. Achtung, nicht ins Blau gehen. Alles klar. Oh. Das ist der erste Klon. Autsch. Nur zur Info, wenn du die Klon tötest, ist es wie bei einer Hydra. Wenn einer tot ist, kommen zwei neue. Also sollt mir die Originale... Ihr soll Klon die Originale fokussen. Und welche ist die Originale? Das ist das Originale, die mich gerade attacken will und mich umbringen will. Die mit der Klon-Pokalität, die ein bisschen bläulich ist. Da sieht man da auch einen Namen drüber, was drüber steht. Ich hab'n Stalker. Ich hab'n Stalker. Jungs, ich hab' hier gerade ein ganz großes Problem. Ja. Alter, aber beide genau auf mich. Das nennt man den Schlampeneffekt. Lalalalala, hallo. Hallo. Achtung. Kack, Laser. Da könntest du nichts machen. Alter, krass. Mit, öff, Achtung. Wir sind beim Treibenden. Ist das eigentlich ein Klon? Wow, das ist der Klon. Das Klon? Nein, lass mich in Ruhe. Achtung, ne. Der Spannung an. Ist das hier jetzt der Klon, oder was? Der Klon ist der bläulicher. Den durfte er nicht töten. Wieso hat sie wieder voll Leben? Weil ich nicht war. Weil das jetzt der Zweite, der weggeht. Achso. Ah. Bei mir ist das der Klon. Achtung. Ach ja, und die erste Fokus, den, der am meisten Damage macht, Anja. Autsch. Also mach ich hier am meisten Damage. Bist du dumm oder so? Die ist nur bei mir. Die Fokus, den Falscher. Ne, ich bin... Ich schieß grad auf die richtige. Ich brauch Munition. Achtung, Batman. Nein, Batman. Boah, ich mach mal kurz. Ich muss mal kurz mit dem Ding. Alter, ich will diese Schwerter auch haben. Hab ich. Wie kann man sich... Liegen bei mir zu Hause. Auf mich. Zu euch attacken. Nein, ich will nicht. Wo? Ich trifft es direkt neben mir. Ich hab gleich keine Munition mehr. Achtung. Oh, nein, bei mir ist das. Bei mir ist das richtige. Achtung, der dritte Klon kommt. Jetzt weiter. Wieder muss ich im Plan stehen. Ja, zu spät. Ich konnte grad noch so rausgehen. Achtung, die beiden Klon sind unsichtbar. Einer ist bei mir. Achtung, die Dings ist hinter uns. Oh nein, ich bin gestunnt. Hilf mir, ich bin gestunnt. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich hab hier grad selber ein paar Probleme. Boah. Auf, die ist krass mit der Flo. Pass mal auf, die kriegt da noch solche Flügel-Auf-Näon-Laser-Dingo. Und damit wollen die mit jeder attackt. Der ist dann richtig OP. Alter, hinter mir, hinter mir. Ich hab ein paar Problemchen. Also ich muss sagen, der Boss, 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 der Boss Hallo, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Die mit den Flügeln ist die echte. Klasse, ich will den Stunz, Stunz, Dio. Lalalala, ich bin down. Laserstern. Die ist aber fast down, die ist fast down. Ey, nein, der Sputnik 2 muss auch nochmal abgezogen werden. Nein, scheiße, Stunz, Stunz geht weg. Brandgranate. Ich will dir helfen. Ich lenke die richtige ab, Soled Snake, nein. Ey, servo, hilf mir mal. Ich komme. Hilf mir. Hilf mir. Boah, schneller, 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 los. Du kriegst mich. Hier, vor mir ist der echte. Hier ist der echte, hinter dir. Ja, ich habe sie. Nicht. Wow, hier ist ein Klon. Ich muss mich verfolgen, Klon. Lalalalalala. Achtung, es sind drei Klone jetzt. Was, hat jemand einen getötet? Ich weiß es nicht, ich nicht. Ich nicht. Oh, ich bin schon wieder der Scheiß. Ah, hallo, Alter. Guck mal, guck mal, guckt euch das an. Ich habe einen Picken so hoch wie sonst was. Und drei Leute auf mich, das ist total freundlich. Oh, nein. Boah. Dolphin Snake. Ich mache hier noch ein Fressen Karts, Denton. Oh, und wir sind beide tot. Und ich habe einen Picken von 3.0. Ich hasse es. Wenn es hier weitergeht, bis dahin. Ciao.